Falls du noch günstige FIFA-Coins, PSN oder Xbox Live-Cats brauchst, check gerne mal meinen Sponsor, IG-Folder, den Link und den Rabatt-Code findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt's noch neue Sachen in meinem Shop, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen, Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Let's go, come on! Bitte man, EA! Ihr habt einen Monat jetzt nur Scheiß-Sollte mit Counter-Deals gegeben. Ihr müsst jetzt krass werden. Come on! Wisst es, was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Food Champions Pack Opening. Heute gibt es das Top 100 Monats Pack auf dem Account von Ideals und er ist natürlich dabei. Was geht, Bro? Jo, Leute, ich bin auch mit am Start heute und ich bin einfach so gehypt auf dieses Top 100 Monats Pack, Alter. Schöne Ikone, die erste Ikone auf dem Account, die ich ziehen werde. Und ich hoffe, es ist immer eine krasse Ikone jetzt hier am Start. Ja, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann euch sagen, es war heftig. Es war absolut heftig. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber ja, vorher haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere Packs. Solltet ihr auf jeden Fall auch reinziehen. Da waren auch ein fresh Spieler dabei. Checkt auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Ideals aus. Ich packe euch den Link direkt in die Videobeschreibung. Unbedingt abonnieren. Unbedingt die Videos liken und so weiter. Da wird auch jetzt die Tage ein Video zusammen mit mir online kommen. Also abonnieren. Ihr hättet jetzt knapp hier über 5000 Abos, Leute. Nächstes Ziel natürlich die 10.000. Also unbedingt alle abonnieren. Und lasst ein Like auf das Video da, wenn es euch gefällt. Und im nächsten Monat natürlich auch wieder hier das Top 100 Pack sehen wollt zusammen mit Lukas. Und alle jetzt Hashtag-Ikone in die Kommentare, Leute. Alle Hashtag-Ikone in die Kommentare. Und dann starten wir in die Packs. Checkt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Nice-Full-Liste. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. In Rot, in Blau, in Grün und noch viele weitere Sachen. Gratis Autodankheit. Bis auch. Wie immer zu jeder Bestellung dazu. Wir starten in die Packs. Let's go. So, wir kommen zu den Belohnungen und wir wissen beide noch nicht, ob jetzt die Weekend-League-Belohnungen für die monatlichen Sachen auch schon dabei sind. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hoffe es aber auf jeden Fall, dass sie dabei sind. Na komm, Alter, bitte. Mal gucken, wir schauen mal. Also, als erstes... Ja, das sind die Monatsbelohnungen. Das sind die Monatsbelohnungen. Nice, Alter. Platz 79. Bist du im Monat geworden? Bist du damit zufrieden, Bro? Nicht ganz, ne? Ja, letztes Wochenende war scheiße mit 35,5. Sonst wäre ich auch irgendwie, keine Ahnung, top 50 gekommen. Ja, insgesamt bin ich zufrieden. Ich weiß, dass ich es besser kann und nix. Ja, jetzt hier, wie es Wochenende zählt. Also, wenn ihr das Video seht, hat es wahrscheinlich schon gezählt. Ja, dieses Wochenende beginnt ja der Quali-Monat sozusagen. Da musst du unter die besten 60 kommen, ne? Im Monatsranking. Ja, oder 65, ne, oder? Ja. Das ist ja fresh. Okay, 3, 2, 1, Nose-Pack. Let's go! Come on! Bitte walk out! Bitte, 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 bitte. Oh, naja. Es wird keine Ikone, kein Inform. Es ist wie eine normale Goldkarte. Es ist Polen! Nein, City Form! Ey! Ich bin immer froh, dass wir jetzt Lewa geworden, Digga. Das wäre so fresh gewesen, wenn der mal am Start gewesen wäre. Ich habe auch direkt an Lewandowski gedacht. Hey, Alter, Glick. Jetzt mal dein Ernst. 56 Tempo. Was ist los mit dem Typen, Alter? Aber immer ein 85er Rating, so für SPCs oder sowas. Jetzt kamen ja die neuen Prime-Icons. Da könnte vielleicht was gehen, aber... Okay, vielleicht ist das sogar noch was hinter. Das ist jetzt die große Frage. Ja, aber... Schau mal. Okay, also... Ne, zum Beispiel war schon ganz fresh. Ne, oder so. Ja, die drei Infopacks müssen einfach besser, wenn ich sag's dir... Ressus! Ressus! Hey! Ressus! Nice, Alter! Okay, wieder auf 50 Mille. Äh, sonst noch was? Sieht nicht dann noch aus. Ach mein Gott! Ey, welche Ressus wäre nicht drin gewesen. Wäre das wieder ein absolutes Scheiß-Pack gewesen. Aber so mache ich aus beiden Packs auch nur keine Arme. 150k vielleicht. Ja, stimmt schon. Aber, ey, jetzt hätte auch... Guck mal, du ziehst irgendeinen Scheiß-Peper als Rocker oder so, dann hast du auch nichts hin. Ja, das stimmt. Also von daher geht's in Ordnung. So, jetzt kommen wir zu den krassen Cracks, ne? Jetzt steht sie unten. Das will ja schon reichen, wenn eins davon jetzt mal gut ist und dann noch eine krasse Ikone gleich. Kommt's! Die drei Infopacks bisher waren eigentlich immer scheiße, deshalb irgendwann muss es doch mal gut werden, so. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch, ein guter Spieler drin ist. Wir schauen mal. Okay, bist du ready? Welches zuerst? Das zweite? Komm, das ist ein Hitler. Komm, komm. Komm. Bitte Belgien-Flagge. 3-2-1, Nose-Pick. Komm, die Nase des Peck-Lacks. Muss man jetzt hier bei dir der Peck-Lack bringen. Bitte, bitte, bitte. Irgendwann muss doch mal was krasses kommen werden. Come on, Spanien. Oh mein Gott. Sarabia, es ist blau. Oh mein Gott, ey. Der ist nicht mal Walkout. Ey, Mann, Digga. Sarabia, 83er rated. Bro, es geht so weiter wie letzte Woche. Ey, das ist unglaublich. Es geht genau so weiter. Hier gibt's einen, der noch unter 83 ist, der was wert ist. Nee, ne? Nein, Mann. Gar keiner. Kann's dir schon sicher sein, dass nur Scheiße drin ist. Bestimmt Grifo jetzt noch. Oh, Young. Ah, Young, Young. Doch, ja. Den hab ich vergessen. Stimmt. Ja, okay, aber das ist auch... Ey, der ist 25k wert, Digga. Immerhin ist er was wert, so. Stell mal direkt drauf. Ja, okay. 25k sofort, oder was? Ja, genau. Ja, 25. Mach 25, ist okay. Ey, Junge, ist das bitter, Mann. Ah, okay. Was Sarabia wert ist, so. Ja. Weil, stell direkt drauf, weil wenn jetzt alle ziehen, dann... Ja, normal hab ich glaub das nicht. Ja, doch, stell auch für 20k sofort drauf. Okay, 20k, Sarabia. Genau, so, weg jetzt. Jawohl. Und Toloi, der wird wahrscheinlich solchen auch drauf stellen. Nee, guck erstmal, was er wert ist. Kannst mir dann, keine Ahnung, Transferliste oder so. Ja, Pack-Transferliste, der ist sicher. 13k. Läuft bei dem Kollegen schon mal. Okay, erstes Pack war absolut kacke, um ehrlich zu sein. Jetzt muss das zweite. Wenigstens... Ey, die machen doch eh wieder Auge. Die sind gerade nur auf meinem Account und gucken so, ey, Adil zieht nix, Adil zieht nix. Nicht bei uns. Alter, bitte. Oder vielleicht wird dann der gleiche Ikone absolut krass, deswegen, aber... Komm, Alter, bitte jetzt, bitte ein gutes Pack. Come on. Was ist das? Nein. Das ist verfahren, Junge. Das ist verfahren. Egal, Ex-Schalke-Spieler. Baba. Ey, der krasse Wert, ne? Ja. Der krasse Wert, ey. Aber das ist verfahren, Mann. 82er Spieler. Ey. Ich check das nicht. Ey, diese drei Info-Packs bei dir. Oh mein Gott. Ey, dieser Markkal geht vielleicht noch für was. Verfahren ist, glaube ich, auch für 21. Ja, wow. Ja, 3 bis 6 immer für 24. Ja, genau. Ey, das ist echt wie eine Verarsche. Wenn jetzt keine krasse Ikone drin ist, dann war das hier eine absolute Verarsche. Ich brauche auch der Hea, Mann. Ich brauche auch der Hea-Infom. 25k. Ja. Ich brauche. Das ist unglaublich, Alter. Jetzt mal ehrlich. Ja. Ja. Ist doch mega. Und dieser Toroi. Okay. Ich bin ja um den. So, dann schauen wir jetzt mal. Dann schauen wir jetzt. Was ist das für ein... Ey, ich kann nicht hingucken, Alter. Das ist so wichtig, dieses Pack jetzt. Come on, Digger. Die Ikone muss krass werden. Okay. Come on, Alter. Alle Hashtag-Ikone in die Kommentare. Wenn ihr jetzt denkt, dass da was krasses rauskommt. Northpack 3, 2, 1. Let's go. Come on. Wie ist das? Frankreich. ZDM. Viera, Vieira. Wie ist das, ist das Vieira? Wenn du... Oh, der Saidi. Ist auch okay, Junge. Nice. 88er, der Saidi. Junge, nice. Ey, das ist heftig. Der Saidi ist noch geiler gewesen, aber der Saidi ist auch absolut fresh auf jeden Fall. Aber das Ding ist, Vieira ist glaub ich ZM, oder? Ist der ZDM halt? Ich weiß es nicht. Deshalb... Ich glaube, der ist ZM. Ich glaube, der ist ZM. Boah, krass. Aber ey, wie viel ist der Saidi wert der ZDM? Bestimmt auch locker sein. Also, ich kann es ja nicht verkaufen. Ist ja anstrengend. Viertel Million. Echt? So wenig? Eine Million. Eine Million. Wow, Junge. Okay, dann war das krass, Mann. Der Typ hat heftig. Ich hab dir mal die Zs an, Alter. Ja, Mann. Ich weiß, wie willst du ihn einbauen? Vielleicht für Vieira, damit ich mir Dings fulle tun kann. Ich muss mal gucken, wie der sich spielen lässt. Das check ich jetzt gleich auf jeden Fall ab. Das Ding ist, der wäre fresher als Innenverteidiger, glaub ich. Ja, genau. Viele spielen ihn als Innenverteidiger, aber ich muss mal gucken. Ja, okay. Wir schauen mal. Was soll's? Trotzdem. Eine heftige Karte. Und jetzt ist die Frage. Kann jetzt eigentlich noch ein 91er Lewandowski und Defea drin sein? Ja, ja, klar. Klar. Die Iphone wird immer vorne angezeigt und dann kommen die ganzen Infos. Und ich hoffe einfach auch Defea jetzt. Weil den könnte ich wirklich gute einbauen. Okay. 3, 2, 1. Let's go, Alter. Come on, Alter. Das war schon in Ordnung. Aber jetzt muss noch was krasses dahinter sein. What? Was ist das, Alter? Wollen wir mich verarschen? Chill, chill. Ich glaub, die heftigsten sind... Das kann sein, dass wenn man die jetzt wegpackt, gleich noch heftige kommen. Deswegen chill erstmal. Guck mal, ob Jesus immerhin da ist, Alter. Das ist ja komplett scheiße. Oh, Jesus, Junge. Nice, Alter. Jesus ist am Start. Okay, das war richtig wichtig. Und Sterling auch noch. Ja, Sterling ist auch noch. Mal schauen. Nice. War's, Junge. Aber deswegen ist so, warte mal. Wenn wir die jetzt wegpacken, dann kommen nochmal welche. Und das war beim letzten Mal auch so, dass dann erst die krassen kam. Oder eine krasse kam dann zumindest immer noch. So, das heißt Harry Kane, naja. Guck mal, ob die Ikone untradeable ist. Weil das würde mich jetzt grad echt mal interessieren. Aber die müsste eigentlich, oder? Ja. Ach, schade, Mann. Das wär auch zu krass, wenn wir die verkaufen, bitte. Das wär wirklich zu heftig. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, also. Wir packen jetzt alles in den Verein. Und dann könnt ihr jetzt vielleicht noch was krasses. What the fuck? Wie kann die, Digga? Dein Ernst? Was für eine Scheiße, Alter. Okay, die Ikone war krass. Kann man nix zu sagen. Aber... Jesus war auch krass. Jesus war... Ich glaub, den haben viele nicht. Aber sonst... Goretzka ist noch in Ordnung als Einwechselspieler fürs Mittelfeld. Also, Subs hab ich jetzt gute. Aber so, keine Ahnung. So wirklich für die Startelf hat mir alles nix gebracht. Naja, okay. Also, das war's von den Packs. Wir haben jetzt noch die anderen zwei, drei Info-Packs, die wir auch gezogen haben. Die werden wir euch jetzt noch einschneiden. Bitte Belgien, Mann. Bitte Belgien. Oder überhaupt erst mal ein Walkout. Sieht gut aus. Man sieht schon mal gut aus. Come on! Frankreich! Torwart! Wer ist das? Marseille! Wer ist das? Mondandar! Der ist sogar Walkout! What? Gibt auf jeden Fall Schlechtere. Ja, gibt Schlechtere. Gibt aber... Bernardinho könnte noch der Hinter sein. Oder Young oder sowas. Die sind vielleicht so... Oder Kolasinac. Die sind so ein bisschen was wert. Das wäre schon mal so am Anfang, ne? Ja, Kolasinac wäre fresh, Mann. Der Ex-Schalke-Spieler. Aber... Mondandar! Aber ey! Es ist Gott sei Dank dieser Lecomte. Der letzte Woche. Weißt du noch? Ey, Digga. Aber schon wieder ein französischer Torwart. Okay, wir gucken, wer dahinter ist. 3-1. Let's go. Komm, bitte. Kolasinac oder Fernandinho. Einer von beiden. Mhhhhh. Ach du Scheiße, Digga. Okay, wie viele ist... Wir haben den Beleg gezogen. Krass. Boah, den Beleg... Ey, der ist 17.000 wert. What? Ja, immerhin kein Abschluss. Immerhin kein Abschluss-Pack. Stell ihn mal drauf. Ey, besser als die Packs letzte Woche. Okay. Jetzt das Zweite. Das muss jetzt besser werden. Okay. Come on. 3-2-1. Let's go. Die Nase des Packlacks, Alter. Die muss jetzt mal bei dir hier wieder was raushauen, Alter. So ein Hazard wie letztes Jahr. Bacon war immer gutes Ohm bisher. Come on. Ey, nein. Ey, Digga. Ich glaub das leider nicht mehr. Was ist los, Mann? Was ist das Ding überhaupt noch, ey? Warum ist das jede Woche bei dir so zwei... Ey, letzte Woche haben wir zweimal den selben in Form in den Packs gezogen. Diese Woche wieder, Mann. Ich check das nicht, Alter. Das ist komplette Verarsche. Mandanda. Zum zweiten Mal. Und... Ey, Digga. Wir müssen wieder bei EA anrufen und nochmal neues Elite-Pack fordern. Das Ding ist, du weißt es, wie gerade eben auch schon. Es können jetzt noch Fernandinho oder... Eventuell... Colasi Natsch am Start sein. Aber... Ich kann's mir denken, es wird keiner drin sein. Nose-Pack. Ey, das gibt's noch nicht, Mann. Ey. Immer bei dir, Digga. Immer. Ey! What? Ach du Scheiße. Ey, wir fehlen die Worte. Digga, ey! EA! EA, jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, Digga. Ey, das ist doch jetzt... Das ist doch ein Joke, Mann, Alter. Jetzt mal ehrlich. Boah. Ey, wenn mein Monats-Pack scheiße ist, ne? Ey, Juli. Ey, Juli. Ey, Juli. Was ist das? Oh, meine Scheiße. Genau dasselbe Pack wie gerade. Wir wollen die verarschen, Mann. Hä? So, habt ihr's gesehen? Das war's also mit den Packs. Es war eine heftige Ikone am Start. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Und viel wichtiger, Leute. Checkt alle den YouTube-Kanal von Ideals aus. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Lasst ihm auf jeden Fall auf seinen Videos ordentlich Likes da. Da wird da, ja, also auf jeden Fall die Tage noch ein Video mit mir online kommen. Also, solltet ihr ihn nicht verpassen, unbedingt abonnieren. Das war's. Macht's gut. Instagram und so weiter von Ideals ist auch noch in der Videobeschreibung. Dann folgt ihm da auch. Haut rein, macht's gut und... Ciao!